Glamour, Rheinbrise und ein wenig Landluft. Lebensqualität pur. Denn Düsseldorf hat von allem etwas. Ein Mekka für Kunst und Kultur Interessierte. Und wer in Düsseldorf-Oberkassel in den eigenen vier Wänden wohnt, eine Eigentumswohnung besitzt oder gar eine Luxusimmobilie, der hat alles richtig gemacht. Denn Oberkassel ist zweifellos einer der schönsten und begehrtesten Stadtteile von Düsseldorf. Bei der äußeren Gestaltung von Le Maron am Théo-Champion-Boulevard wurde darauf geachtet, dass sich der neue Gebäudekomplex mit klassischem Baustil harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Das Zentrum von Le Maron bildet der Pocket Park im ersten Obergeschoss. Der äußere Architekturstil setzt sich selbstverständlich auch im Innern des Hauses und in den Wohnungen fort. Die zweiflügeligen Innentüren haben eine Höhe von bis zu 2,45 Metern. Fischgrätparkett aus robuster Eiche und eine Fußbodenheizung sorgen für ein wohliges Raumgefühl. Bei den Neubauwohnungen mit Wohnflächen zwischen 54 und 276 Quadratmetern bleibt mit Lodgen, Balkonen oder Dachterrassen sicher kein Wunsch offen. Wenn auch Sie bei Ihrer Geldanlage auf Nummer sicher gehen oder sich einfach nur den Traum von einer exklusiven Immobilie mit einer Top-Lage in Düsseldorf erfüllen wollen, dann sind Sie bei uns goldrichtig aufgehoben. Besuchen Sie auch unseren Infopoint direkt vor Ort im Herzen von Düsseldorf-Oberkassel. Hier erfahren Sie unter anderem mehr zu unterschiedlichen Größen, Wohnflächen, Zimmeranzahl und auch Kaufpreisen. Korpus Sireo – Ihr Immobilienmakler für exklusive Luxusimmobilien in Düsseldorf. Korpus Sirea – Ihr Immobilien ist ein iPad für die Mutter, veröffentlicht Vielen Dank.